Der Online-Händler Amazon übernimmt die legendären MGM-Filmstudios. Der Kaufpreis soll umgerechnet rund 6,9 Milliarden Euro betragen. Mit dem Erwerb von James-Bond-Filmen und der Bibliothek mit Klassikern wie Ben Hur oder Rocky will der Konzern seinen Streaming-Dienst scherken. MGM war bislang eines der wenigen Studios, die zu keinem Großkonzern gehörten. Die Übernahme muss noch von den Regulierungsbehörden genehmigt werden. MGM